Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Stammbegeist mit Lugas! Ich hoffe, dass es euch gut geht. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Sie möchten welche Spielsongen wir spielen? Was sollen wir denn machen? Das schon kriegst du in die Kommentare. Lässt gerne ein Abo und ein Like da. Und jetzt geht's ab! Vielleicht habe ich noch eine Branche aufgeführt. Na? Oh, okay. Ronaldo! Okay. Okay. Elia, die zweite! Okay. Elia, die zweite! Okay. Okay. Warum ist es so gut? Ja! Wir werden immer noch. Ja! Wir werden immer noch. Ja! 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 Ja, ja! Also die zweite Träume. Ja! Ja! Also die zweite Träume. Oh! Das ist alles richtig? Huh! Nein! Du bist schon gut! Es ist nicht klar! Warum? Ich schaue sie. Ich kann sie nicht mehr machen. Ah. Ich bin nur Pusty. Oh. Hey, meuf, sie t'est überhaupt nix ab. Ah, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ja, ich kann sie nicht mehr machen. Ich kann sie nicht mehr machen. Ich kann sie nicht mehr machen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich kann sie nicht. Ich kann sie nicht. Oh, da, oder? Oh, ja. Speed run. Und... Oh, ihr war. Ja, ich mache immer. Ja. Das ist ja geschafft. Ich bin ein. Ja. Ich bin ein. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Komm. Eigentlich, wenn du drin bleibst, in deiner Zelle, hier, musst du die Heilung nehmen. Und alle abschießen! Genau. Boah. Für sieben Leute. Entschuldige mich. Heilung, Heilung, Heilung. Heilung. Ja. Frage 11. Noch nichts. Warte. Okay. Da ist auch noch. Oh. Oh, oh. Oh. Okay. Oh. 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 Das ist die kasseste Nacht. Oh, fuck. Kack, du Kackaon. Oh ja. Und jetzt? Das ist die kasseste. Oh. 30 Schaden. Oh. Ich kann machen, ich die Schubsche. Ich glaube, wir sind keine Kwellingflüster. Warte mal. Oh, der Arsch. Oh, Mann! Keiner. Ich bin nicht lecker. 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 Oh ne, der kommt auch fast. Kutsche. Ja. Tja, hab ich noch nicht. Ich würde sagen, dass wir abnehmen. Jetzt kann ich wieder automatisch mehr. Junge. Oh ja. Ich hab so ein Schutchen aufgenommen. Oh ja. Oh ja. Malo. Malo. Schreibt es in die Kommentare, ob der Lukas aufschauen soll. Am Ende immer, wenn ihm das nicht falsch ist. Er ist falsch. Der hat schon mal 5 Sekunden gesagt. Neues spielen. Neues spielen. Noch haben wir. Nein. Ah ja. Malo. 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 Malo Malo. Das ist doch gar nichts. Du magst vor Schleser. Ja, genau. Oh, vor Schleser. Kommt, und jetzt einfach stehen. Vor Schleser. Wann gibt es die Gäste? Wann gibt es die Gäste? Genau. Keine Ahnung. Ja, okay. Muss man noch springen? Ja. Ja. Nein, doch. Oh, oh nein. Nein. Warum? Warum? Ja. Na. 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 Ich schaff das mal. Okay, mach. Mach die Schaden, aber blau. Blau. Okay, dann. Ähm. Ähm. Da ist nur noch ein bisschen müde. So. Was hast du gesagt? Fertig. Ähm. Ich bin müde. So. So. Ich bin nicht müde. Der ist müde, weil man verbraucht ist. Ähm. Ja. Ah ja, vier. Entschuldigung. Okay. Ich bin nicht müde. 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 manchmal schaffst du sogar noch sechs Stunden. Ich bin immer an Minecraft normalisiert, dass man zwei Blöcke hoch ist und jetzt ist man nur ein Blöck hoch für die Folgen gewohnt. Das ist natürlich nur 5 cm hoch. Oh, du stirbst. Oh, das hatte ich so gerade gut. Wenn du stirbst, habe ich gesagt. Oh, du stirbst. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.